Wusstest du, dass Salz mehrere Aufgaben in unserem Pizzateig hat? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saavedio, ich bin Pizzabäcker und ich zeige dir, wie du geile neapolitanische Pizza zu Hause machen kannst. Nummer 1. Salz ist natürlich ein Geschmacksträger. Wie beim Kochen auch, benutzen wir Salz, um einen gewissen Geschmack zu erzeugen und haben wir zu wenig Salz im Teig, schmeckt diese auch fad und ja, was soll ich euch sagen, ein bisschen mehr salzen geht immer, ja. Nummer 2. Salz dient auch als Konservierungsstoff. Genauso wie in Konservendosen im Supermarkt auch, dient Salz für uns in unserem Pizzateig auch als Konservierungsmittel. Deswegen benutzen wir im Sommer zum Beispiel ein bisschen mehr Salz, damit unser Teig einfach nicht platzt. Hier ist einfach zu verstehen, dass unser Salz den Gärprozess verlangsamt, okay. Nummer 3. Das enthaltene Calcium im Salz stärkt unser Glutenbild. Nummer 4. Salz gibt unserem Pizzateig auch diese wunderschöne Farbe. Goldbraun soll sie ja sein. Wenn ihr Pizzen seht, die weiß am Rand sind, könnt ihr davon ausgehen, dass da wenig Salz verwendet worden ist. Falls ihr Pizzen seht, die am Rand schwarze Punkte aufweisen, ja. Das was ihr seht, sind Salz- und Zuckerkristalle im Teig, ja. Das passiert zum Beispiel, wenn ein Teig zu kalt ist, ja. Oder der Gärprozess nicht gut abgelaufen ist, ja. Jetzt komme ich auch schon zum letzten Punkt. Und zwar hat jede Salzart auch einen anderen Einfluss auf unseren Pizzateig. Deswegen ist es wichtig, sucht euch eine Salzart aus, wie zum Beispiel feines Meersalz und arbeitet immer nur mit diesem Salz, ja. Dann seid ihr schon mal mit dem Salz auf der sicheren Seite, ja. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video einiges mitnehmen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Was laberst du, Junge? Oh, ja.